Hallo und willkommen bei Watchmax des Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Ja, wenn ich jetzt sage Uhren aus dem Schwarzwald, dann wisst ihr worum es geht. Es ist der dritte Teil meiner Serie 17 Uhrenmarken aus dem Schwarzwald und wenn ich dann noch sage, eine Firma 4 Marken, dann wissen Kenner und die, die meinen Kanal öfter gesehen haben, um was es geht. Heute ist mein Thema Ikla und mit Ikla verbunden die 4 Marken, die zu Ikla gehören, nämlich Archimede, Limes, Outran und Viala und DeFacto. Ikla gibt es seit 1924 und ist in der Branche bekannt als Gehäusebauer. Aber lange bevor Ikla eigene Uhrenmarken an den Markt gebracht hat, haben sie Gehäuse für deutsche und internationale Uhrenfirmen gebaut, teilweise aus ihrem stehenden Sortiment heraus, teilweise aber auch auf Anforderungen, Wunsch und Spezifikationen der Firmen. Das ist also die Kernkompetenz von Ikla und ich finde, das sieht man den Uhren auch heute noch an, dass hier sehr viel Wert auf außergewöhnliche und vor allen Dingen auch perfekt verarbeitete Gehäuse gelegt wird. Heute baut Ikla nicht nur Gehäuse selber, sondern ist auch in der Lage, Zeiger mit Laser selber zu schneiden und auch im Hause zu bläuen. Das heißt, die Produktionstiefe ist hier deutlich ausgewertet, ausgeweitet worden, um die Marken, die zur Ikla Gruppe zu gehören, zu bedienen und auch gegebenenfalls zu verkaufen. Aber das weiß ich nicht, das ist nur eine Vermutung. Die vier Marken, die zum Ikla-Konzern gehören, sind zwischen den Geschwistern in Anführungsstrichen aufgeteilt. Alle Marken sitzen in Pforzheim und auch wenn nicht unter der gleichen Hausnummer, so doch im gleichen Gebäude nebeneinander. Archimede, da sind die Geschäftsführer Thomas und Lisa Ikla. Die ersten Archimede-Modelle kamen 2003 an den Markt. Limes ist nach meinen Unterlagen geführt von Raphael Ikla. Outran und Viala ist wieder geführt von Thomas und Lisa Ikla und de facto von Raphael Ikla. Also alle vier Marken sind in der Familie, sitzen nebeneinander und werden sich auf gleiche oder ähnliche ausgleichen oder ähnlichen Produktionsprozessen bedienen. Ein kleiner Fun-Fact am Rande zu Outran und Viala. Für mich eine der Marken, die aus dem Gesamtpaket der Ikla-Marken und Ikla-Uhren am unbekanntesten war, gleichzeitig aber den größten historischen Bezug zu Pforzheim hat. François Outran und Jean Viala haben 1767 in Pforzheim die erste Uhrenmanufaktur gegründet. Das heißt, jetzt spreche ich es deutsch aus, weil ich glaube die Marke spricht sich auch so aus. Outran und Viala haben tatsächlich einen sehr historischen Bezug zum Standort Pforzheim zurück ins Jahre 1767. Finde ich erstaunlich, dass diese Marke diesen Punkt nicht ein kleines bisschen deutlicher herausstellt bzw. die Marke auch aufwertet, denn sie fliegt in meinen Augen und auch das habe ich aus Gesprächen mit vielen anderen Sammlern mitgenommen, doch deutlich unterm Radar. Zu allen Uhren aus der Ikla-Gruppe kann ich sagen, sie sind wirklich gut verarbeitet. Es wird Wert auf Qualität gelegt und bei einer Marke kann ich sehr deutlich sagen, wie ich sie gegen den Rest abgrenze und das ist de facto. De facto geführt von Rafael Ikla ist eine Marke, die sehr modern ist, klare gerade Linien auf den Uhren hat. Alle Uhren folgen einer Design-Idee und sind auch als de facto Uhren sehr gut zu erkennen. innerhalb der Ikla-Gruppe, wirklich herausstechend vom Design her, ein bisschen Bauhaus angehaucht, gerade Linien, gerade Zeiger, wirklich leicht zu identifizieren. Dafür aber nicht wasserdicht, nicht so robust gebaut und das beziehe ich in diesem Punkt ausschließlich auf die Wasserdichtigkeit wie andere Uhren von Ikla. Dafür aber Uhren, die vom Stil her, nicht vom exakten Design her, ein bisschen in Richtung Nomaus gehen, klare gerade Linien, wirklich schön zu tragen. Ich wüsste genau, wem ich sie anbieten würde. Ich wüsste auch genau, welchen Freunden von mir ich sie schenken würde und das wird definitiv nicht der Fliesenleger sein. Bei den anderen drei Marken fällt es mir etwas schwerer, sie gegeneinander abzugrenzen. Bei Outran und Viala ist es noch ein bisschen leichter, weil Outran und Viala hat Uhren im unteren Preissegment. Also hier ist der Einstieg in die Marke preislich leichter als bei den anderen beiden. Und sie haben auch einzelne Modelle, die sich deutlich gegen Limes und Archimede abgrenzen. Bei Limes und Archimede, die beiden Marken, finde ich relativ nah beieinander. Es gibt bei beiden Marken sowohl feinere Modelle als auch sportlichere Modelle. Es gibt bei beiden Marken Fliegeruhren, es gibt bei beiden Marken Taucheruhren. Wirklich nicht so leicht, hier eine scharfe Grenze zu ziehen. Auch preislich liegen sie in etwa im gleichen Preissegment. Das fällt mir wirklich schwer. Aber das ist auch nicht weiter schlimm, denn sie werden ja von zwei unterschiedlichen Personen geführt. Insofern kann man das tatsächlich so machen. Was mich aber wirklich nachhaltig verwirrt, und das habe ich mir selber auch bisher nicht erklären können, dass einzelne Uhrenmodelle innerhalb der Ikler-Gruppe zwischen den Marken hin und her geschoben werden. Nehmen wir zum Beispiel das Modell Outran und Viala Kartusch. Heute innerhalb der Marke Outran und Viala. Ich habe noch eine Kartusch, die nahezu identisch aussieht, aber Limes gelabelt ist. Das heißt, hier ist ein Modell von einer Marke in die andere gewandert. Das finde ich ziemlich verwirrend. Ein anderes Beispiel ist bei Limes die Outback, die es nicht mehr gibt. Die Archimede Outdoor, die es heute gibt, hat ein nahezu identisches Gehäuse und ein sehr ähnliches, klar strukturiertes Zifferblatt. Und das finde ich verwirrend, weil das erschwert es mir zusätzlich, die Marken gegeneinander abzugrenzen. Und vor allen Dingen, wenn ich eine Uhr kaufe wie die Limes Cartouche, dann drückt das zum einen aus, dass mir die Uhr gefällt, zum anderen aber auch bei vielen eine gewisse Verbundenheit zur Marke. Und wenn dann das Modell zu einer anderen Marke geschoben wird, das fand ich verwirrend. Das ist aber auch der einzige Punkt, der mich wirklich verwirrt bei der Equator-Gruppe. Denn die Uhren an sich sind durch die Bank alle sehr gut, eigenständig. Archimede geht zunehmend dazu über die Uhren mit einer höheren Wasserdichtigkeit zu versehen. Archimede hat jetzt das zweite Modell dieses Jahr rausgebracht mit einem gehärteten Gehäuse. Die Outdoor Protect bzw. Outdoor 41 hatten immer schon gehärtete Gehäuse. Mit der Classic 200 kam jetzt auch eine dressigere Uhr mit gehärtetem Gehäuse, was ich sehr charmant finde. Denn nicht nur Sport-Outdoor oder Tool-Watches können verkratzen, sondern auch Anzugsuhren. Und hier haben wir ein etwas edleres, etwas dressigeres Modell mit einem gehärteten Gehäuse, einer Wasserdichtigkeit von 200 Meter und mit Leuchtwasser versehen. Also das ist eine Uhr, die meiner Meinung nach immer und überall passt und vor allen Dingen auch einsetzbar ist, weil eben dafür ausgestattet. Jeder Kontakt mit Ikla ist immer super freundlich gewesen. Ich kann jedem nur empfehlen, dort mal anzurufen, vorbeizufahren, sich die Uhren anzuschauen. Ich bin bei keiner einzigen Uhr bisher enttäuscht gewesen und würde auch aus allen vier Marken jederzeit eine Uhr kaufen, wenn sie denn mir persönlich vom Stil her gefällt und eine gewisse Wasserdichtigkeit hat. Das ist so die Einschränkung, die ich immer mitgebe und die bei de facto zum Beispiel nicht gegeben ist. Ja, das ist also mein Eindruck zu Ikla. Das Video ist jetzt vielleicht etwas kürzer geraten als meine anderen, aber zu Ikla habe ich schon wirklich viel gemacht. Guckt mal in meine Playlist rein. Guckt mal auf meinen Kanal. Ich habe Ikla schon mal separat vorgestellt. Ich habe ganz viele Uhren von Ikla schon vorgestellt. Insofern schaut es euch an. Ganz ganz fester und wichtiger Bestandteil der Uhrenbranche im Schwarzwald. Ikla mit den Marken Archimede, Limes, De facto und Outran und Viala. Schreibt mir in die Kommentare was ihr darüber denkt. Erfreut euch an euren Uhren, bleibt gesund und vor allen Dingen freut euch auf meine nächsten Videos. Bis dahin. Tschüss. Euer Axel. J-Benz Thronung M 2012 J-Benz Thronung M 2016 By J-Benz Thronung M해�erved Shield teams